Na dann, hoppadam, machen wir jetzt, ähm, hier, eine Runde Deathmatch spielen. Jo. Ja, weil ich hab eine Mission und dann machen wir ein bisschen Deathmatch und planiert, bla. Ähm, war das denn grad? Hehehehe. So, die Off-Care, auf dem englischen Server sind wir. Boah. Boah. Boah, sie ist doch tot, oder nicht? Mein Weg, bitte. Hm. Was für ein Gefälle grad. Hehehehe. Uhhhh, rappadam. Drp2. Oh, ja. Oh, man, ich sehe hier. Kritika, Kritika, Kritika. Ha! Der Titel ist der Beste. So. Das sind nur mit zwei Punkten. Genau. Jetzt schießt du. Danke für deine Hilfe! Danke für deine Hilfe! Danke für deine Hilfe! Ha! Unsere Team ist das Beste! Das ist der Beste! Danke! Ach, schade! Oh Mann! Aber ich muss mir die S-Train gewöhnen, wie da an der S-Volid Der Heal-Train Wunderbar Das war mehr Glück Oh Gott, ey Das ist doch gleich die erste Halbzeit Oh, ich brauch wirklich meinen besseren Laptop So Halbzeit Ich heele mehr als ich heele Aber na gut Dafür führen wir auch, ne Ja, mit 10 Punkte Ist alles noch in Ordnung Du-du-dum-dum Wupp-wupp-wupp Ja, wir wollen ein bisschen warten Ich bin echt da Gott 2 gegen 1 Schon ein bisschen fies, ne Besonders wenn man doch ein bisschen auf dem englischen Server spielt Und dass die Leute auch ein bisschen lecken Aber so schlimm ist das auch wiederum nicht Mal einfach rein Ich renne einfach mal rein So Alt Was? 6 7 8 9 10 11 Levels Oh 1 1 2 2 1 2 1 2 3 Oh, ich fühle dich jetzt... Jeder ist so überpowered, aber sie sind die beste Platz in Deathmatch. Woop! Muschi! Danke für deine Hilfe! Oh! Ah! Danke für deine Hilfe! Hier! Healer! Ich mache hier ein Healer-Video! Heh, 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 he... He! Kerti-Kal! Ein Schock wäre nicht schlecht. Genau, nächstes Deathmatch-Video wird dann mit mein Schock gespielt. Mal gucken, wie die Leute dann haten. Ja, die haben langsam Boost. Das merkt man schon. Hopp da. Hopp da. Hm? Boah, gar nicht gesehen. Ja, das ist einfach ein bisschen zu kurz. Healer, ich brauche Healer. 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 Ach komm! Ja, dann eben so, ne? Ich brauche mehr Damage. Ein wenig mehr Damage, das wäre alles in Ordnung. Ach komm, ich spiele nur. Ich bin mehr hier als irgendwas ein Kampf da, irgendwas zu machen. Aber na gut. Ja, danke, danke. Bitte, bitte. Ich nehme mich noch mit. Ich nehme mich auch noch mit. Ein bisschen für die Mission noch machen. So. Ja, wie gesagt, ich werde auch nicht jedes Match hier aufnehmen, was ich hier mache. Aber... Meine Güte, ey! Hau doch mal ab, ey! Immer dieses... Gebagge da! Ja, nee, ist gerade eins. Ja, jetzt ist 37. Und gewonnen! Healers sind so überpowered. Nein. Das Game. Ja. Okay.